hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft apex mit der antonia und mit dem Alex die Euro müssen wieder was geht es geht es ist mit einem Prozent könnte zusammen in der Salle weiter wieder in die normale Welt zurück oder was Muster Tonnen ich bin jetzt auf dem Weg gefolgt und es sollte das ist nur auf der Schiedings und der Herz ist die Frage der Külter oder muss ich auch wieder so bildet rein schieben durch neben mir und er kann kommen mit bei mir kann nicht das ist die Schmesser mitgekommen und Tönnies zu den dann wie man das war wohl auch durch die Unternehmen und sie sich nicht da kommt und wir haben er kommt auf der Weg von mir kommen Oh, äh, Enderman. Vielleicht nicht so gut, der Idee. Da oben bist du. Guck mich nicht an, Enderman. Mein Hund. Da. Creeper! Ja, ich dachte mir schon, das ist vielleicht nicht ganz so gut hier unten. Seid ihr hier direkt hoch, oder wo seid ihr hoch? Ja, ich bin, hallo, hier gegenüber. Ja, hi. War jetzt ein fucking Enderman. Wo waren denn die Hunde? Waren die hier auf dem Hügel? Wir waren hier in der Nähe. Ja, hier direkt da, wo wir drauf sind. Dann gehe ich mal da drüben hoch? Nein, hier waren die. Die waren hier. Ja, mindestens vier Stück habe ich gesehen. Ach, da sind die Pferde. Hier ist so eine Pferde. Ah, da sind sie hauen. Was? Ich bin runtergefallen, das ist so, du hättest ihn gehauen. Nein, ich bin ganz normal rotischer Fallschaden gekriegt, wenn ich, weil ich vier Plöcke auf einmal runtergejumpt bin. Meiner läuft irgendwie nicht, der Herr durch Nasser kommt irgendwie nicht mit gerade. Und ich muss ihn erst wieder durchschubsen. Und ja, wo musst du jetzt? Ähm, hast du den aufstehen lassen? Oder sitzt der noch? Aufstehen lassen, natürlich. So gut sind die ja eh nie, ne? Die, äh... Ich fand das immer früher voll lustig bei Krunk, als die immer alle hinterher, auf einmal hinterher gelaufen sind, obwohl er sie hingesetzt hat. Ja. Auf einmal waren alle hundert Stück oder sowas da. Erfahrungen? Ja, meiner wird jetzt vor dem Nasserportal warten, das ist mir aber auch egal, ob er da jetzt wartet. Das wird eh mein Haushund. Ja, meiner auch. Hundiii. Aber hier in der Nähe, aber hier waren auf einmal Hunde. Ich hab jetzt nur die zwei genommen, die ich jetzt gesehen hatte. Was ist das denn? Was ist das denn? Da reitet ein Skelett auf einer Spinne. Wie geil. Ja, passiert. Ein Spinnenreiter. Eh. Hallo, ich treff den gar nicht. So. Wie witzig. Das muss doch irgendwo die Hunde sein. Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin halt scheiße, wenn der Hund jetzt noch keinen Hund kriegt. Ach, ich find schon einen. So. Hat eigentlich irgendwie... Irgendwer hat man sich mal die Koordinaten gemerkt vom Portal. Ich seh das Portal von hier. Ja, aber wenn wir jetzt noch weiter weglaufen, mein ich. Weil wir suchen ja Dings, ne? Wir sind immer noch der Plan, oder? Hab ich das verpasst? Das kann ich nicht mal so mal ein Plan eigentlich sagen. Hallo, noch ein Zombie. Hier sind noch mehr Pferde. Viel mehr Pferde. Seiten hier. Antonia, bitte. Alter, bitte. Bist du auf dem Baum? Obendrauf noch, oder? Oh, hab ich mich gerade nicht recht. Ach, ihr habt ihr schon... Ach, nee. Ach, hier war anscheinend... Ah, deswegen. Okay. Sieht ja cool aus. Hier ist lauter Koppel. Und das ist... Sieht voll cool aus. Also, ich bin jetzt hinter euch. Aber ich hab hier leider keine Hunde gesehen. Das ist ein bisschen scheiße. Nein. Warum? Du bist doof. What the fuck? Hey. Ach, darum ist das Skelett. Äh, ja. War gerade etwas... Es verbrennt eh da unten. Verwirrt. So, was dahin? Look out. So. Ich frag mich gerade, sollen wir vielleicht doch andersrum gehen? Ja, aber wenn wir jetzt noch weiter weglaufen, dann sollten auf jeden Fall mal jemand von uns die Koordinaten haben, weil sonst finden wir da nicht zurück. Ja, wir sind ja nicht weit weg. Ja, noch nicht. Ich bin ja... Ich bin jetzt wieder zurückgelaufen. Ja, ich seh jetzt gerade. Die Richtung. Nein. Muss ich dann noch mal außen rum. Boah. Was denn dauernd hat ich denn jetzt? Ich laufe gerade wieder zurück. Du müsstest mich sehen geradeaus. Ich stehe mir auf dem Baum. Okay, du läufst dir zum Portal. Ja, was machen wir jetzt generell überhaupt? Wollen wir jetzt noch irgendwas anderes suchen oder nicht? Also, ich gucke noch ein bisschen nach Rundis. Das war mein Hund. Hey. Mach auf der anderen Seite. Fertig. Mein Hund, mein Hund, mein Hund, mein Hund, mein Hund, mein Hund, mein Hund. Röft bei dem Hund. Wieso? Alter, der ist doch voll schwul. Es ist immer so, dass man einen sucht. Ich verarsche, was hast du da für eine Verzaubung drauf? Besseres Aiming oder was? Alter, jedes Mal. Alter, schon noch drei Erwerbsen läuft bei mir. Ehrlich? Ja. Oh, Zombie, hallo. Wie du aussiehst. Ja, läuft doch. Was denn? Voll im Auge stecken. Komm, wir drücken mal zum Glück. Was denn? Voll im Auge stecken. Läuft. München? Ah, der Hund, wo bist du denn? Nee, 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 nimm mal noch fest. Soll dich scheiß, den Lobus jetzt hin. Sonst hat das nicht mehr das Wort gehalten. Hat doch Hühner, da müssen noch irgendwo Wölfe in der Nähe sein. Wunderland, hundert, das sind Hunde. Okay. Also solange sie nicht gezähmt sind, sind sie Wölfe. Okay. zacki 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 zacki, yeah komm her und den letzten Hundis habe ich auch in so einem Wald gefunden ja am besten einen Wald suchen glaube ich die beste Methode ich hab noch ein pferd gefunden ein einsames schwarzes pferd einsames es ist Flickr es ist frei Flickr kennt ihr Flickr? ach kommt hier was willst du? ich bin nicht mit deiner scheiß Nähe alter ja ja klar bis hinten der Baum das ist gar nicht das stimmt gar nicht ich hab das Portal im Blick oder? ja haben wir auch grad die ungefähr in Köln hatten aufgeschrieben ok dann ist gut ach komm hier ey ach komm wie riesig ist bitte dieser Wald hast du schon Seasons geguckt oder warum müsste so ein Trolllaune ey ich fand es geil Bram hat Bram hat viel zu überreagiert ah hat er nicht es ist einfach nicht verständlich dass er so ausrastet bei dem es dann Arbeit hinter steckt na und? trotzdem Moral Apostel weil es gleich nämlich auch mit auch bei dem passiert ist ja danach dann ja und Hadi hat er hat nie davor mit Jay und 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 da hat er hat es nicht Mut nicht mutwillig gemacht ja so haben wir in Kauf genommen um die genaue um die genaue Wortlaut zu sagen es ist in Kauf genommen nicht mutwillig und was hat Jay gemacht? Paulus hat da irgendwo drin rum und Sachen rumgespawnt mitten in der Fabrik ohne nachzudenken stimmt und er hat gesehen was da drin war und hat es trotzdem gemacht aber er hat es repariert was denn? ja den Dings der kaputt gegangen ist einmal ja aber das ging mal ein bisschen noch mehr kaputt er hat alles repariert gehabt was da drum herum kaputt ging und Hadi hat er noch nicht gesagt er macht es nicht ja aber Hadi konnten es ist zwar schon ein bisschen lächelig Hadi konnten und Hadi konnten null das war ein weißes Kaninchen ich wäre genau so ausgerastet vielleicht hat das rote Augen das war total verständlich ja ich will nichts dazu wenn Ditti äh wie heißt die Scheiße? ich weiß jetzt gerade nicht aber das Zero Matter Ding in die Luft fliegt ist das schon extrem ärgerlich ach so ich habe auch einen Kommentar dazu geschrieben also es war klar dass Hadi hat Christ und Sam nichts damit zu tun also war das nicht genau ja das war wieder das war wieder Scheiße am Ende also dann ist aber nicht gerechtfertigt sondern war nur eine Überreaktion doch die Überreaktion ist gerechtfertigt aber nicht dass er dann auf Christ und Dings geht sondern dann müsste er auf Hadi gehen der hat nicht schon schlimmer getrollen das war mir doch nicht so rumflennen der macht dasselbe auch äh das ist wirklich extrem viel Farming Arbeit deswegen also ich verstehe das schon dass er da ausgerastet ist dann müssen sie aber rechnen bei Hadi ja ich habe halt auch einen Kommentar ich weiß nicht wie du das hast du wisschen nicht gelesen haben aber ich habe eh einen Kommentar dazu geschrieben das ist das ist Dings das ist eh äh es war abzusehen oh mein kleiner Mann Hadi dann weilt sich jetzt 20 vor genug und oh Mist warum hab ich denn die Karten lange und nicht langweilen so lange und so oft er will da sind sie geschrieben also nicht erinnert sich viele bei Hadi aufgeregt haben und da hat die Tings und so einfach und sofort um naja übrigens hast du dein Hund Prozent Platz machen lassen was Platz machen lassen nö eigentlich nicht doch er ist ja so hab ich aber eigentlich die aufstehen lassen egal mit mein Hund ist auch weg ja meiner wird ein meiner steht im Nesse also der ist nicht mehr in unsere normale Welt reingekommen das hier direkt vorm Tor ja kann ja stehen bleiben oder sitzen bleiben wir auch mehr juckt mich nicht soweit ich dann wieder hingehe und unsere normale Welt laufen kann ich nicht mehr wieder mitnehmen so ich komme wieder zurück Richtung Portal ach da bist du ja hallo ich bin auch erst mal in die Richtung gelaufen das sind hier irgendwo ist nix oder was vernünftiges nee ich hab gar nichts gefunden auch nicht irgendwie Waldansatz oder sowas oh Hund, komm mit nee, hat nur das Kaninchen hier Kaninchen, komm schön mit und lauter Hühner immer das was man nicht braucht für Netmann da oh oh jetzt hab ich grad da hier sagen wir so ich ich find's immer lustig wenn sich Bram so richtig wieder aufregt das find ich extrem unterhaltsam ah hat er was schönes oh ähm Alex ja glaub dein Hund ist nee dein, dein, dein Hund kommt mir gerade so dumm hinterher ja und? glaub den hab ich grad bisschen gezähmt hm hab ich hier schon voll gezähmt aber ich hab, hab, hab gar dein, deinem aber Fleisch gegeben zu essen juckt ach keine Ahnung, ne die kann man, die kann man auch so füttern also ist das nicht dann gezähmt oh nein, ist doch nicht 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 oh nein, das ist geschlafen hm was denn? ja wenn du auf drei Plöcke mit dem runterspringst ja das sollte voll langsam runter gehen oder dann ist es einfach runtergesprungen was hast du denn zumal grad dabei? ein Koninchen ach so oh ach man krieg aber auch gar nichts gebacken ne ich hab's kacke, dass, dass diese, äh Dings, diese Zombies, Ender Zombies, ähm in Lava schwimmen können und die bisschen kacke ach so, ja wohnen halt da nein, Hund, du brennst du dummes, du dummer Hund die wohnen halt da man was ist unser Portal ff jetzt komm mir hinterher gelaufen du Hund du, äh du Hund du ja, okay, also ich geh mal wieder zurück ja, ich auch aber alles, die Season 2 ist jetzt eh vorbei nö, ist er nicht äh, Jay hat schon mal irgendwas gesagt gehabt in der Richtung also, äh, Sepp hat irgendwann mal was gesagt angeblich, hab ich in den Kommentaren gelesen dass sie noch also nicht, dass sie noch aufnehmen was sie aufnehmen er kann doch mal was er da machen wem gehört dieser Hund? das ist Season aufnehmen, ja Alex, da ist einer ne, da ist noch einer ja, das ist meiner, warum kommt der mal nicht unterher? keine Ahnung der steht hier so rum also das Endresultat von meinem von meinem Kommentar geschrieben hat er geschrieben ja bla bla dass Hadi einfach 22 Folgen nix macht und dass mir das hat, dass wir also die Rolleaktion von Hadi war ganz in Ordnung aber dass mich mir das auch ein bisschen sagt hier, dass Hadi diese 20 Folgen einfach nix macht außer rumpimmeln soll er doch direkt sagen er hat keinen Bock mehr auf Take It und soll rausgehen ähm das ist eine Sache, dass er mal machen, was er will außer dem hat er was gemacht er hat die letzten 20 Folgen gar nix mehr gemacht er hat nicht mehr sein Baumhaus weiter gebaut und? er hat trotzdem was gemacht sowohl er den aufgenommen hat er hat aber was gemacht er hat im Endeffekt nichts gemacht doch er hat nichts gebaut er hat nur umgepimmelt und Peter zugeguckt er hat doch was gebaut hä? er hat nichts gebaut jetzt das war nicht folgen doch was denn? sonst würde er sonst hätte er die Konstruktion wie er zu Peter kommt mit diesem Versteck sowas das hat er gebaut genau das war eine Folge das war vielleicht 20 Minuten Arbeit der Hund aber hat's gebaut das Rift Tread hat er ja schon vorher der Hund aber das Konstruktion hat er danach erst gebaut im Endeffekt hat er nichts er hat sich nicht ich hab ihm einfach vorgerufen dass er sich nicht viel befasst hat mit dem Modpack und man hat ihm auch eine Lustlosigkeit angemerkt das kann euch das kann den anderen egal sein wenn er trotzdem weiter mitmacht trotzdem kann man als Zuschauer seine Meinung dazu sagen dass er dann lieber auffallen soll wir können aber nichts ändern ja und? deswegen kann man das trotzdem schreiben als Zuschauer das ist nämlich Kritik kann man aber man kann sonst nichts ändern wenn er da weiter mitmacht macht er weiter mit du bringst Kritik rein andere beleidigen ihn deswegen ja genau ich sag's ja im normalen Ton ich hab auch gesagt dass sie das ich scheiße finde dass sie das als season gemacht haben weil es klar weil ähm das ist das ist halt dass sie take it as season machen und nicht ja 17 Minuten warte ich muss noch ganz kurz durchs Portal durch ja ich bin auch nur grad am rückwärts am achso ich kann da schnell laufen du musst es ja checken eigentlich äh wer ist da hinten ah Antonia ja genau ich hab hier grad die Kaninchen dabei ja gut dann ähm sind wir aber jetzt hier hier ist relativ safe und bis zum nächsten Mal würde ich sagen Tschüss Tschüss Tschüss